Herzlich Willkommen zurück zu Star Trek Online. Wir sind gerade dabei, Störsatelliten zu zerstören, weil wir die Sternenflotte kontaktieren wollen. Und, ah je, die Bändigkeit lässt noch sehr zu wünschen übrig. Klingonischer Störsatelliten. Mal schauen, um mit denen umgestört zu zerstören, weil ich weiß es gar nicht mehr. Feuer! Öh, Feuer. Warten da. Jo, mach ihn fertig. Und nächster. Gipsy. Ich habe uns nicht vergessen. Wie schön. Wir sind wichtig. Dann, auf Feuer geht's. Die Klingons sind operativer, Sir. Shall I send the distress signal? Das Klingon ship took some real damage. Ich will bet she's leaking plasma all over the place. Ja. You might be able to use that to find them. understood. I'd rather not die to Klingons on my first day. Got it. I can trace the plasma signature right to the source. Also in the source of the plasma signature to navigation. It will show up on the map. It's pretty far out, Sir. We should use the ship's full impulse power to reach it. This will temporarily take power from other systems, but vastly improve our speed. Once we drop out of full impulse, the power will return to other systems. So, äh... I can make your death swift! Activate full impulse by clicking on the arrow. Deactivate full impulse by clicking on it again. Ja, gut. Wohin? Moment, nochmal scannen. Das hast mich ganz aus dem Tritt gebracht. Wieso dauert das Scannen da momentan so lang? Achso, ich muss mal kurz ein Bänden. Da hinten zeigt der Christen Pfeil hin. Gott sind wir langsam. Ich bin das gar nicht mehr gewöhnt. Da merke ich erst, wie schnell ich bereits war. Mit Warp 7,5 allerdings. Also, äh... Wahnsinnig schnell waren wir immer noch nicht. Mit Level 28. So, dann folgen wir mal seiner Worte. Ich flieg wie ein Betrunkener. Das muss, das muss der Trost gewesen sein. Jo, ist recht. Und Feuer vermessen. Ab geht's. Geht's hin. Momentan drehe ich immer so seitlich bei. Das ist... Ungeschön der Bird of Prey. Wieso sind das zwei? Das... Hä? Okay, na egal. Das sind zwei. Da gibt's nichts zu deportieren. Das war halt so. Und auf geht's hin. Ich bin hier drüben, glaubens. Ich find's gar nicht zu fallen. Du kannst alles in einem Torpedo klicken, dann klicken auf den Icon oder pressen Alt und 1. Der Höhe影rien Torpedo erhöhen die Kraft des nächsten Torpedo-Attacks. Also den Skill brauche ich oft, den lege ich da hin, wenn wir schon mal dabei sind, da hat den Rest den Hammer schon drauf. Gut, dann voller Impuls. Right Center Tutorial, ne passt schon. Komm, entscharn dich mal, Teigling. Da. Und. Geht. Sag einfach, danke. Ja, okay, das ist ein Übungs-Szenario. Später geht es immer so. Dann geht es hier bei den Schilden ganz anders zu. Ja. Jetzt recht, mach mir mal. Das ist eine Ruhe, die Schild. Wir sind zu schnell für den Nahkampf. Die Schilden haben verabschiedet. Winke, winke. Ja. Ja. Abstand zwischen den explodierenden Schiffen. Kampf beendet. Ist hier wirklich, ich hier noch eine, keine Ahnung, Mali. Wirklich nur ein Übungsstand. Das ist der Klingon, Sir. Es ist von Starfleet. Auf dem Bildschirm Tvrell. Das ist Captain Volokh, von der US-S Renown. Do you require assistance? Ja, wir haben ein Neun-Signal, gestern in Wirmbahn, in einem Hinterbad. Ein Klingon-Captain would have to be very bold to travel this far into Federation territory. Where is Captain Turkish? And did you follow his orders? So, I take it you are in command now. Wir haben es gerade erfahren. Wir haben auch seine Position, also seine Kommunikator-Position gefeiert. Deswegen haben wir auch getarnt erledigen können. Jawohl, Sir. Ich bin der Captain. Very well. We will escort your ship to Earth's space dock. Ja, wir werden zum Erde-Raum-Dock zurückgeexportiert. Der Klingonische Captain nennt sich KTGS immer noch da draußen. And if he reveals his position, he will be dealt with accordingly. Until then, you are to set a course for our position. Rina out. So, Rina out. So, Rina out. Rina out. ich bin ich froh wenn ich sterbe es ist der momentan aber noch nicht viel auf die erste stelle Schuss, Torpede verstärken, ein bisschen schwindig einreifizieren und nicht aufhand zu feuern. Alles rausheben, was drin ist. Beide Kanonen feuern lassen breitseite. Das ist, das ist ja wie in alten Piraten-Helmen, ja, auch immer schön breitseite feuern. Dann, wir brauchen zum ersten Mal Schild-Energie verteilen. Gratuliere, mein Haus wird mich reichen. Naja. Der Renown wird euch zurück zum Spacetok, aber erst müssen wir den USA-Kittimer informieren, dass... Einen Moment. Mein Kommunikations-Officer informiert mich, dass wir nicht mit dem Kittimer konzentrieren. Wir gehen zu ihren Koordinaten, um zu entscheiden, ob sie Unterstützung brauchen. und dein Schiff wird uns verabschieden. Ich gebe euch hierbei eine Prüfung. Das wird dir die richtige Aufmerksamkeit über deine Crew geben und eine finalen Entscheidungsmöglichkeit für dein Schiff, bis wir den Spacetok auf den Erdnungs-Spacetok und an Admiral Quinn kommen. Also das sind, das ist doch mindestens eine Level ab, oder? Hild bei Impulsantrieb? Ja wohl, wenn wir auch gleich... Was? Zahlen wir? Ich dachte, die haben wir schon. Ja, okay. Gut. Also die Renown wird sich zurück zum Erdrahm. Da geht's dir aber zuerst müssen wir die Kittimer informieren. Moment. Mein Kommunikations-Officer informiert mich, dass wir keinen Kontakt herstellen können. Wir begeben uns zur letzten bekannten Position. Wir bekommen eine Feldbeförderung und geben mir die nötige Autorität über meine Mannschaft und den Chef, bis wir das Erdrahm erreichen und an Admiral Quinn, äh, Bericht erstatten. Dann ein Haufen, ein Haufen Zeug als Belohnung, ja wohl, ja. Und Mr. Spock, also Leonard Nimoy gratuliert uns ganz herzlich. Wir erhalten 27 Expertise und können uns... Zarva meldet sich dann zum Dienst. Ist okay, Zarva. Dann, äh, Stationen. Zarva ist auf ihrer Station. Was ist denn mit Tervrell? Ich hab gedacht, die... Ja, das krieg ich später, ne? Äh, hallo. Ich würde die Assur-Status hier. Das ist ein besseres Gewehr. Mk1, 45, 43, 42. Und... Ja, ist schon recht. Der Eliza kriegt das andere Gewehr. Ist ja ebenfalls Sicherheit. Und Zarva hat schon einen Standard-Faser. Äh, haben auch Hypo-Sprays. Was ist das hier? Faser-Strahlen, dann, äh... Hier, Achtern-Waffen. Ne, ich denke, ich werde das bei den Bugwaffen einsetzen. Es gibt auch Maffen, die sind nur für Bug oder nur für Achtern. Was haben wir hier? Besser-Strahlenbank-Standard-Ausgabe. Ist das... Ist das selbe wie hinten, ne? 80 SPS, ja. Ähm... Was haben wir hier? Der Hyperimpulsantrieb. Das macht... Das muss ich merken. Ähm... Wendung... Wendegeschwindigkeit ist besser, aber Fluggeschwindigkeit etwas schneller. Voller Impuls. Voller Impuls ist besser. Und ist auch ein bisschen was wert. Gut, so. Also hier hin. Dann das Standard-Dings. Das kann man eigentlich verschrotten. Das braucht kein Mensch mehr. Ähm... Jetzt mache ich es wieder so, wie ich es mir vorhin angemündet hatte. Und sortiere das Inventar gleich. Dann gibt's auch kein Problem mit der Übersicht. Dann entsorgen wir mal das Ding. Das bringt, äh... Recycling, das bringt uns nichts. Brauchen wir also auch nicht aufnehmen. Pro-Sycon. 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 Den Faeser lassen wir nur mal drin. Weil ich nicht weiß, ob... Was wir kriegen. Ich erinnere mich nicht mehr. Vermögen. Haben wir eigentlich Vermögen? Nö. Ist alles weg. Und... War zu erwarten, ist mit der Charakteristion alles weg. Ich hatte schon einiges an Vermögen. Noch nicht viel, aber... Und das muss sie... Kid Merkier-Polipsystem. Sektorraum wechseln. Ja wohl. Also Technik aber auch mal jetzt auf. Jetzt muss ich... Mal... Gucken... Click to order your crew to plot a course to your next mission. Äh... Sektorraum, Verkehrsschiffe, keine Kämpfe start. Gut. Untersuchen sie... Use M to open up the map for sector space. You can click on a system to plot a course. And set your ship to automatically fly to it. Ja... Gucken wir uns mal an. Polipsystem. Hier hin. Okay. Gut. Und der erste Raumflug. Inzwischen könnte ich mir eigentlich mal meine Fähigkeiten anschauen. Die sind in dem... Wir nennen es wirklich der Brüller. Aber ich werde mal ein bisschen was in den Boden kann investieren. Ähm... Anschluss war andere Muster. Schiffsbatterien. Verbessert die Momenthöhen. Anklick. Schildermetter. Verbessert die Eigenschaften von Schildreparatur. Hubschiffern examiner wird von Hubschiff. Das slicedばamenschiff muss man nicht mehr hin und mehr hinunun mit einem Nist. Ich kann nicht mehr zu kathlen. Was ist das... Ich kann nicht mehr nähen. Was ist das... Charant neresjanatschieren. wait... MitС montantes... Was ist das... Achmarinki-Batterie, halbbarkeit, С guideiasjurumhat IS. geschwindigkeit ja es ist aber was ist denn ich hätte eigentlich in die wendigkeit warum das ist das waffenschaden eines raumschiffs ja gut ich denke das macht sinn andererseits sollte ich ich werde ja bald meinen ersten und da sollte ich das ist zumindest dafür schon mal gesorgt ich habe vor meiner meinung von anderen spielen gewohnte mannschaft zusammen zu stellen und da passt aber einfach nicht ins konzept notenergie fisch so geht stimmte und die geld für alle rufen sie es ist wichtig um aus und abzugreifen für das muss zugreifen jahre abzugreifen wenn ich gleich sehen der dürfte aber alles leer sein Ja, ist alles verschmunden. Ich dachte, ich könnte vielleicht ein paar Sachen zu diesem Account retten, ist aber nicht so. Selbst meine 60 Cent sind weg, die ich schon hatte. Glaube ich zumindest. Nee, die sind sogar noch da. Juhu. Also 60 Cent konnte ich tatsächlich behalten. Immerhin. Start Kommunikationszusammenbruch. Wir haben jetzt noch 14 Minuten für diese Folge. Ich hoffe, ich muss nicht unqualifizient steuern. Wir sind hier, Captain. Die USS Kittomere ist tot, und die Renown ist hinter uns. Unsere Orden sind, dass sie mit den Kittomere und wissen, warum sie nicht auf unsere Hails antworten haben. Ist das die Kittomere? Das ist die Kittomere. Schade, dass hier nirgendwo im Tacho ist. Ich müsste zu gerne. Ja, wir sind die Leutnant 1 übrigens. Jetzt will ich wissen. Nee, nach unten. Okay, startet die Schuss raus. Wursten zieht das Signal alleine durch die Strecke. Ja, Sir. Ich werde ungefähr 15 Sekunden benötigen, um die notwendige Strecke zu machen. Ja, also die Ziffern wird 15 Sekunden benötig. Ah, Captain Volan. Captain Tackert? Was sind Sie hier beide hier? Er denkt, Captain Tackert ist da, aber leider muss ich dich da enttäuschen. Ich bin, äh, aber Kuni. Always good to follow the orders of your superior officers. These Cadets were the unfortunate victims of a Klingon ambush. Captain Tackert is dead. And the ship is under the command of this Cadet. The Renown was escorting them back to Earth's space dock. But when we could not race the Kittamer, I deemed it imperative to alter our course and assess the situation. Captain Yim, what is your status? I'm troubled by the anomalies in this system. And if they're affecting long-range communications, then they're doubly a cause for concern. Let's do this by the numbers. We've already launched nine probes. Now that they're active, we can do it in-depth scan of the anomalies. With all three ships collecting data, we should be able to complete this quickly and formulate a course of action. The Renown has the largest science team. So I recommend we send our data there for analysis. Any questions? Uh, if all three ships collect data, we should be able to complete it quickly. As soon as all scans are closed, we can send the Renown the data to an analysis. If any questions have any questions, no, everything is clear. You're quite confident for a Cadet. You remind me a bit of myself when I was in Imsen. Of course, I wasn't commanding a ship back then. Let's see how you perform before you start claiming that chair full time. You can set your ship's power levels to have a focus on attack, defense, speed or balance. Ja, balance ist mir eigentlich ganz recht im Moment. Zumindest das hat sich auch bewährt. Da habe ich nie dran gedreht. Ich habe lieber die Gesamteigenschaft erhöht. Also, aber immer, immer balanced gelassen. Hatte eigentlich bisher auch keinen Grund, da irgendwas rumzustellen. Ach ja, ich habe gestern mal versucht, das Spiel mit Xbox-Controlern zu spielen. Aber das ist sehr verwirrend. Man kann es mal das Raumschiff steuern. Reports indicate traces of Gamma-Radiation. Aber da ist etwas falsch in den Liedern. Und Beta-Scannen. Ketomera hier. Sie sehen die gleichen Gamma-Radiation-Levels, wie wir sind? Ich bin nicht sicher, dass ein normaler Scan wird genug sein. Wir brauchen eine vollen, multiphasische Liedung. Werden wir jetzt im Wissenschaftler mit das hier antworten? Geht aber nicht, weil wir Tachyum. Mein leitender Wissenschafts-Offizier, Commander Davis, suggeriert, dass ein Reverse-Tachyum-Pulse-Wave-Scan unsere Sensor-Issue lösen wird. Performe Ihre finalen Scans und dann reporte zurück. Ja, mein leitender Wissenschafts-Offizier, Commander Davis, schlägt vor, dass wir einen Kemp-Pulse-Wave-Scan mit einem Tachyum durchführen, um unsere Probleme mit dem Sensor zu lösen. Führen Sie die letzten Scans durch. Und erstatten Sie berichten, wie sieht unser weiteres vorhin aus. Aber auch schon gerade erklärt, also ich, das verstehe jetzt im ganzen Moment. Da rein. Schilder Energie, Verschlehrung, das ist ein Skill, wenn wir noch sehr oft brauchen. Aber wie gesagt, Sarva passt ja nicht in mein Konzept. Ich möchte meine gewohnte Gruppe haben. Meine gewohnte Wannschaft, die ich in anderen Spielen auch schon hatte, aber... Punkt, ich möchte mal scannen. Oh, 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 Feuer. So ein Stress, ey, ey. Ja, zum Glück haben die nicht mehr als so viel auf der Pfanne. Spätere Worg-Schiffe werden uns deutlich mehr zu schaffen machen, aber wir sind ja eigentlich noch in der Anlärm-Phase. Ich habe schon einige Kämpfe mit dem Vorken hinter mir und bin bis hier noch jedes Mal mindestens einiger gestorben. Die Kittemer ist unter Attack. Use Vollimpulse, um sie schnell zu erreichen. Scheiben Sie Vollimpulse so schnell wie möglich zu erreichen. Ja, das ist richtig, habe ich verstanden. Reaktivate Vollimpulse by clicking on it again. Und feuern wenn wir rein, Elisa. Nicht sparen, alles raus, was drin ist. Das Schiff hat sowieso nicht viel. Sonde also. Und Huffgains. Fog-Bashing. Wir drinken durch unsere Schiff und die Dasekarte. Für die Age of Oppression ist es jetzt nicht mehr. Wir drive out the Borg in this Land like we are. Wiederholfladen aus, die im Tätigkeit von mir und raus damit nicht sparen. Und das tat weh. Wie schaut's aus? Alles wird alles zentlicht. Der Wollschilder halten. Was ist mit dem Kittomeer? Das ist die Emergency Medical Hologramm aboard the USS Kitomer. I am requesting assistance from any Federation vessel in range. I've lost contact with the bridge. I am unable to contact Commander Davis for new instructions. Das MHN, das medizinisch-holographische Notfallprogramm meldet sich. Und volle Brücke der USS Kitomer, er fordert Unterstützung von jedem Föderationslandchef in der Reichweite. Er hat den Kontakt zu Brücke verloren und kann Miranda Davis nicht wegen der Befehle kontaktieren. Wahrscheinlich sind die jetzt nicht Borg. Kitomer is being overwhelmed by Borg boarding parties. These Borg are different than the ones in my history records. They seem disconnected somehow. They're strange, but still quite dangerous. Die Kitomer wird von Überfallstruppen der Borg überrannt. Und diese Borg sind anders als denen, die wir sehr begegnet sind. Sie scheinen nicht vermutlich zu sein. Komisch, aber trotzdem gefährlich. Das erinnert mich an die Star Trek-Volken mit Hue. Also mit diesem Borg, den die Enterprise aus dem Kollektiv rausgerissen hat. Da gab es ja auch einige Borg. Und der hat dafür gesorgt, dass einige Borg vom Kollektiv getrennt worden sind. Das wird wahrscheinlich dieses Custoddy sein im Grunde. Können Sie das alleine halten? Wir haben unser eigenes Problem. Ich bin ein Medizinisch-Hologram, nicht ein Miracle-Worker. Ich bin ein Medizinisch-Holographisches Notfallprogramm und kann Wundertäter. Captain Wolop, was sollen wir tun? Die Borg waren brutal effizient auf der Kitomer. Der Medizinisch-Hologram kann nur in Ordnung sein, nur weil niemand anderes bereit ist, das zu tun. Die Borg haben nicht in den Alpha-Quadranten in Jahrzehnten gesehen. Seine Beziehung kann nicht nur eine Coincidence sein. Die Borg waren auf der Kitomer ein enorm effizientes Medizinisch-Holographischen Notfallprogramm. Das unerwartete auftauchende Borg und die starke Übermachtstrahlung in diesem System könnte ein Vorbot für etwas sein. Aber ich brauche die kompletten Daten. Alle Scans können werden und behilflich sein. Ich schreibe die Teams, um die Kitomer zu helfen. Sie müssen die Scans enden. Wir müssen hier wissen, wie die Borg ist. Sie müssen mich auch informieren, ob Sie oder Ihre Crew nicht weitergehen können. Die Borg evokiert eine starken Emotional-Response. Sie können sogar trainierende Starfleet-Officer rattern. Eine Crew von Kadetten, die bereits einen Klingon-Attack überlebt haben, können nicht weitergehen können. Ja, ich werde die Teams aussenden, um die Kitomer zu helfen. Um der Kitomer zu helfen. Ihre Aufgabe ist es, die Scans abzuschließen. Wir müssen herausfinden, wie die Borg in diesem Bereich eingedrungen sind. Sie müssen mich auch darüber informieren, ob Sie in Ihrem Grund diese Herausforderung gewachsen sind. Die Borg haben selbst den Fahrrad gestern und wurden offizient Angst gehalten. Ganz zu schweigen von einer Mannschaft mit Kadetten, die auch noch einen Klingon an anderen befinden sich auf. Äh, ich vertraue meine Crew-Wähler schaffen das. Ich habe den IOTA-Punkt zu Ihrer Map. Scam da, während wir den Kitomer. Ein Beispiel von der inzeichnung ausgelistet werden. Das heißt, was haben wir mit denen ausgeschlossen werden? Ich werde mit den anderen herausfinden lassen. Was hat's doch sonst nicht getan? Hab ich irgendwas verstellt? Ah Gott! Ich tue gar nichts. Ich tue gar nichts. Das Ding dreht sich einfach. Einer Bezug auf sich mit den Daten. Bitte transmit die Daten so wir vielleicht unsere Analyse beginnen. Ja, Daten übermitteln, Sonderstaaten. We have your data and our science team is analyzing it now. Wie ist der Status der Ketomer? Our tactical teams have eliminated the Borg boarding parties on the Ketomer. Why do you ask? Ja, unsere taktischen teams haben die Überfallgruppe der Borg auf der Ketomer. Wir sind worden, fragen sie. Blöde Frage soll das wohl heißen, ne? Können wir die Ketomer-Analyse der Daten finden? There is an 88.47% chance that you will need my help. I have 75 million gigaquads of computer memory and an extensive library of files on military tactics and command strategies. I believe I can spare a few bits of processing power for you. Ja, is so recht. Er kann uns von den 75 million gigaquads a paar abzweigen. Wahrscheinlich was wir feststellen können. Angeber, Angeber. Borg Transwarp Signature is detected. Prepare your ship for combat. They're firing. I need help. Ja, ja. Ich komm schon. Kavalier ist unterwegs. Du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du. Nur ein vorsorgliches Verlust. Die Olympophie ist so die Mission. Star Trek Online. Wir sind gerade mitten in einem Raum. Gegen die Borg ist eigentlich immer noch die Übungsmission. Komm, schießt mal deine Dinger da. Jetzt wäre ein guter Zeitpunkt. Jawohl. Das hat er gemerkt. Die Sonne. Also wird schon zäher der Gegner. Aber macht nicht so viel Schaden, wie die Borg normalerweise machen würde. Ich habe ja schon einige Borg-Campfer hinter mir, wie ich in der letzten Böden schon angedürtet habe. Und da habe ich meistens ziemlich alt ausgeschaut. Sogar mit Level 28 noch. Da konnte ich eigentlich noch Unterstützungsarbeit leisten. Im Verband mit anderen Raumschapen. More Borg. I don't know if we're ready for this. Ja, doch. Auf geht's. Auf feuern. Ging doch bisher ganz gut. Elisa. Nicht so pessimistisch. Wir verteilen mal die Schäde. Bis jetzt braucht mir noch keine Hilfsenergie. Alles gut. Und noch mal die Schäde verteilen. Und tschüss. Jo. Und nächster bitte. Schäde verteilen. Jetzt dreht sich die Kamera schon wieder. Höher endlich auf mit dem Scheiß. Ich drehe meine Kamera selber. Bitte nicht aufhören zu feuern. Einfach weiter. Ja. Ja. Und mal. Wahnsinn. Das. 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 Das ist keine gute Idee. Das. 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 Und. упräft. Das. 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 Schilder neue Ausrichtung und Indirect-Hitung. Wow. Na ja, das war die Illusion von den Borgs und deswegen konnten wir überhaupt was erreichen. Das ist der Vega-System. Es ist eine Zivilkölone da. Und wenn die Borg es mit Überraschung nehmen könnte, hätten sie große Nutzungen von neuen Dronen an ihrer Beine. Nein, das ist eine Taktik angewandt. Very observant of you. The Renown is better equipped to hold off further Borg attacks and assist the Kitomer. We must remain here. Once you have warned the colony, return to Earth-Space-Doc. These missions can be turned in remotely. Click the icon next to the mission to report to the contact and turn in the mission. It is imperative that you warn the colony at Vega of the impending attack. Ja, ist gut. Mach ich. Wohle rufen, bericht zu erstatten. Hallo, ich möchte bericht erstatten. Weiter. We have to make our way to Vega as soon as we can, Captain. Level up. I just hope we are not too late to warn the colony. Are you ready to go? We have to make our way to get our new system. I hope we will leave the system. We will leave the system. We will leave the system. We will spread the points around. And we will close the recording. We will close the recording. We will not have a whole series. I will need a pause. Let's see. Let's see. Oh je. This is a warning sign. Let's go. Oh god. Schaut euch das mal an. Das ist ja Wahnsinn. Oh, da habt ihr die Schilde gesehen. Die waren alle schon runter. Ich glaube nicht, dass sie das geschafft haben. So, Tevrell meldet sich zum Dienst. Tevrell möchte ich behalten. Die passt in mein Konzept. Aber die möchte ich umbenennen. Mir ging das gleich wieder. Tevrell. Status. Kontrakt bearbeiten. Die nenne ich. Velaya. Von. Sorry. Wenn ihr wissen wollt, was es mit den Namen auf sich hat. Und die zwei. Let's play an. Da kommt Velaya her. Und an die habe ich mich gewöhnt. Die bin ich auch weiterhin behalten. Die hieß auch in meinen gelöschten Videos schon Velaya Tevrell. Und. Jo. Will ich so haben. Schön. Also. Die bleiben an Bord. Grüner Wissenschafts-Offizier. Ähm. Gehört für mich sowieso schon zur Familie. Gut. Dann. Fähigkeiten. Armand Kugel. Muss ein bisschen was. Jetzt müssen wir was in Begründung. Kampf investieren. Nächste kommen wir jetzt nicht. Akzeptieren. Aha. Mehr kann ich wieder nicht verteilen. Schild in der Mitte. Was war das gelöst? Gleich wieder. Verbesser die Einschaffung. Zur Schildreparatur. Schild verstärken. Schild Energie übertragen. Äh. Auskundensatoren. Einschaffung. Mein Bezugs. Reion steuern. Guthebremitsbelag aktuell nicht weiter erhöhen. An der Natur. Sicher kein Schaden, aber muss ich das jetzt haben? Ich glaube nicht. Der Leistungsschub verlängert sich von den Batterien. Nee. Die Antipsspule. Reisegeschwindigkeit wäre schon angenehm. Aber Raum machen. Training hilft uns glaube ich aktuell weiter. Jawohl. Da investieren. Wir dreimal. Die Punkte sind sicherlich nicht ergeschränkt. Medizinische Motorräder. Das sind die Heilfähigkeiten. Tachyonstrahl. Den lasse ich sie verlernen. Da investiere ich nichts. 500. Was ist mit Zahra? Zahra möchte ich zwar austauschen, aber momentan brauche ich sie. Und dann soll sie Schild wieder Ladung oder Notentwicklung führen. Habe ich jetzt natürlich nichts mal. Gut ist recht. Wir stehen sowieso relativ gut. Moment. Was ist das? Hätte ich jetzt wirklich nicht unbedingt haben müssen. Aber gut. Ist so wie es ist. Was hat ein Melaya früher? Eine Waffe. Das heißt Bismarck kriegt. Und die Deflector Schild. Das ist auf jeden Fall. Da darf man dran debattieren. Und neue Torpedos brauchen wir auch nicht lange überlegen. Die sind auf jeden Fall besser. Und das hier Technikkonsole. Hoffentlich passt das Zeug auch zusammen. Ungemöhnliche Wissenschafts-Metzschild-Renerationsvariate. Das hilft uns aktuell weiter. Gut. Hier schließe ich die Aufnahmen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.